Prozent Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ticket dem TGW Arneck ist weg das weg Probleck das ist meine Kuh wo ist die Fakt was wolltest du nun mal sagen ja ich wollte eigentlich die Ankündigung machen ja mach weiter ja Moment 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 das geht gar nicht warum nicht wir sind beim Dschungel vielleicht liegt das da nein nein auch nicht was denn was denn jetzt geht's was denn wir sind zurück mit einer neuen Folge Ticket S was ist jetzt los soll das so ausschauen was denn das Holz das ist ein anderer Baum Arten okay die gleiche kennt sich wohl nicht aus war ja wir haben in der letzten Folge gesagt dass wir ja haben wir gesagt ja spazieren geht spazieren geht ja und auch gut eine Schneewelt und das wollten wir in dieser Folge machen irgendwann stimmt mit meinem Haupt ja eine Höhle suchen oder so ich habe schon acht Prozent Euro Arbeit wie die ich habe links ich würde sagen wir gehen in die Schneewelt da gibt es immer ganz viele Höhlen oder recht viele Höhlen und ein Schwein da ist noch direkt mal hoch ja bleibt halt stehen du blöde Schwein du m wo bist du jetzt hin ich habe mir das schmeckt ein Schwenkel okay und ich will mir auch noch ein bisschen Prozent wo ist es jetzt ah meine Güte ist das ein Schwenkel ich will mir ein paar Kakaobohnen falls ich die mal brauchen Leute jemand aus der Schöpfung was denn haa was ist los warte jetzt der Maus spielt gerade die reagiert nicht geschaut und ich sehe gerade keinen ich hab das doch eben gesehen warum geht wo ist denn das jetzt na egal der Dschungel ist ja in der Nähe werde ich schon wieder finden in du bist du es hin ich bin jetzt hier beim Dschungel am Schneemium meinst du ich habe Koppock von wo bist du denn ich komme gleich und das kommt die Korte wir sind jetzt weit genug weg würde ich sagen 333 weil ich wollte vielleicht Steinspitze ja wo bist du denn ich habe eine Höhle gefunden ich habe eine Höhle gefunden ja wo denn ja sag mir halt wie du bist ja wo ist meine hast du meine die Gäste ich weiß ich weiß nicht was aber egal äh noch wie heißt weiß ich auch nicht Mensch ja Tja da muss man doch wohl sagen wo du bist ich sehe ich sehe den Dschungel ich habe auch eine Höhle gefunden ich brauch dich nicht direkt mal Koppas ab wir sollten ja okay ich sagte wo ich bin ja ich bin in Minecraft Ticket boah weniger geht genau geht es nicht oder du bist auf dem sitzt an deinem PC ich bin irgendwo auf dieser Erde in diesem Universum genau ja kommst du denn dann ja gleich ich hole mir noch Kohle ja gute Idee ist nämlich recht dunkel so ich habe jetzt recht viel Copper schon gefunden und Eisen möchte denn meine Koordinaten sagen ja dann gleich ich brauche aber keine Kohle ich sehe nichts du hast schon immer meine Kohle gebraucht ja ja der war lahm ja aber echt ja aber was lachen da drüber wenn er dann machst du doch auch immer du lachst doch auch über über meine unlustigen Witze ja und du rickst dich dann genauso wie ich drüber auf ja weiß ich aber nichts von tut mir leid zwei Äpfel geil also wäre cool wenn ich jetzt ein Bild da ich wollte gerade sagen wenn ich ein bisschen Kohle finden würde wäre cool und was mache ich ich lau direkt da dran vorbei so dann mache ich mir erstmal ein paar Frackeln damit ich hier auch alle was seht ich habe ich habe eine Fakte und man ist mir eine Fakte es geht doch gar nicht und sich allen niedrigsten am aller wenigsten vier Fakten machen so boah ein Koper boah ist das viel ich hab schon 12 ne jetzt will ich nicht welch fast äh plus 626 ja ja 58 ist die Höhe okay sag mir wie lange brauchst du um eine 58 zu schreiben ich renne einfach dahin äh ich musste aber auch noch die andere Koordinat ja dann sag minus 346 hups oh Gott ich glaub ich seh deinen Namen oder hab ihn grad gesehen nein 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 das war nur der Mabel egal die Höhle ist eh schon ist eh schon alles raus ja dann kannst du ja zu mir kommen ich hab nämlich auch noch eine Höhle gekommen okay wo bist du denn ähm plus äh 586 minus 384 okay okay du bist ja bei mir ganz in der Nähe 40 Meter weg aber dann die Rufe stehen nur schau da hin da oder warst du da schon drinnen nee weil ich nicht ja dann sammelt es wenigstens auf sag dir und sammelt es selber auf hab ich gar nicht nicht? ach so warte warte ich muss Fackeln machen Tin da ist Tin ich hab selber Fackeln tut mir leid oh oh ja oh ich hab ein ungutes Gefühl komm was ach geht eh nicht zu tief runter ja stimmt du hast ja Shader drin ne da siehst du das ja nicht ja aber ich könnte einen anderen Shader anmachen dass wir da äh Shader achso ne oder doch hab ich doch ja war es entscheid ich ja oder nicht ich war mir jetzt nicht sicher ob wo das hält bist du Tin hab ich jetzt da oben ist noch Kohle ja ich brauch keine Kohle ich hab genug Kohle man kann nie genug Kohle ich hab 14 Stück ich hab 14 Stück oh ich hab 19 also haben wir genüßt und so will ich mehr Kohle uh uh super ich kann mit dem Leben kaufen nicht hin ja 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 typisch ne ja 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 und ich krieg die Erfahrung oh nein das kann ich damit nicht da ich brauche ich wir brauchen eh kein Uranium Ökostrom ne weiß ich noch nicht ob ich ein AKW bauen werde Silber brauchen wir nicht oder sind wir heute Nachmittag da hä ob wir heute Nachmittag auch noch zocken weiß ich nun doch nicht kann ich hell sehen weiß ich nicht so frei ob's also ich bin schon da bist du da mal gucken ich denk schon ja also ich glaube schon dass ich immer da bin ne aber wo ist noch die Frage ja 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 das wollte ich gerade machen da geht's noch weiter du Idiot echt aber da hinten geht's auch weiter na und hier auch ich will aber hier lang gehen so da ist nicht ganz zufällig ich bin dabei betten nene stehen bei mir auf dem Grundstück ne noch nicht weiß ich habe die noch nicht mehr gekauft ich habe ein Bett auf meinem Grundstück um das wird aber nix es wird schon mehr als der Mäuschke ich ich du kannst auch nicht anders der Tag ist ja noch nicht lang ne aber wir können uns kurz auslocken wenn du willst hallo hallo ja mach's fertig hab ich schon tut mir leid geht nicht mehr kommst du denn dann auch hierher ja da ist hier geht's aber runter ja hier geht's aber noch voll riesig weiter ja ich schaue ob es bei mir auch weiter geht wenn ja dann komme ich zu dir und wenn nein dann komme ich auch zu dir ja und ich hab dich gefragt ob Prozent wir selber brauchen da kann ich eh nicht ab du hast mich hier du hast mich gefragt ja hab ich hab ich wohl nicht zu können ja aber eh wie immer dazu sage ich jetzt mal nix ja dir hätte sowieso keiner zu was willst du eigentlich bist du der was sind das drei Stück irgendwas da geht's eh nicht weiter verdammt meine Spitzhacke ist kaputt was ein Glück dass ich gerade ein bisschen Dingste abgebaut Stein genau so heißt das braucht jemand ob sie denn ich habe man kann auch Quarzwerkzeug machen oder ja cool ist das gut ich mach's einfach mal wir nicht schon bist du da schuld gut ich komme jetzt nachher ja viel Spaß kann man hier mit ah wie geil ist das denn das Quarzwerkzeug ist so gut wie 2 Creeper 3 Creeper 4 Creeper die Quarzspitzhacke ist so gut wie die Eisenspitzhacke komm mal zu dir Vorsicht die sich verarschen ob es der Hochgang ja wegen dir wahrscheinlich ja wegen du hast doch eben irgendwo Oranium gesehen das kann ich jetzt abbauen ich hab mit der Quarz Spitzhacke also die ist so gut wie Eisen ähm ja dann komm mal mit da oben ist ein Minenschacht echt oh hier geht's ja noch weiter ja na ich hab da so irgendwas was rundes Grünes ich bin ein totaler Nutzer äh sowas rundes Grünes gesehen ja hast du ja ich will noch das Quarz hier das ist nicht echt gut wusste ich gar nicht kommt so ja das braucht man nämlich nicht schmelzen und das ist trotzdem so gut wie Eisen also gut für eine Höhle denn hier so ok so wird auch lange gehen nein das kriegt mich kann immer aus das übliche ne immer in der Höhle verlaufen ja du verlaufst dich im Verein oder und es ist ja auch viel einfacher als in der Höhle äh viel schwerer mein ich nein ach egal vergisst es kommst nein ich komm nicht ist egal ich gehst da oben zum Minischer wir brauchen das eh jetzt noch nicht ja da kommen wir gleich zur Creeper runter können wir nicht mal übrigens Gold immer mitnehmen daraus können wir später Dias machen ja ja hier sind Prozent ja die gehen natürlich auf mich ne ja 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 mach ein halbes Herz Glück nur die Krippe macht so wenig Schaden oder was ist eine Fledermausse das ist das ist das ist wieder gemacht nach da ist da muss runter ja es sind jetzt in der ja was ich muss bei ihm neue Fackeln machen verdammt ich habe keine ja kann ich ja auch machen Idiot die 15 Minuten sind in dem Moment auch schon zu Ende ich komme noch runter zu dir und hole noch dieses Gold hier was ist das noch brauchen wir nicht ups da ist noch mehr Gold ich kann noch nicht aufhören tut mir leid wenn es noch mehr Gold ich hab's gesehen das muss ich noch holen ok nein ich kann das hier nicht abhauen ja kannst du auch nicht da ist wieder Oranium ich kann halt in der Höhle nicht anders essen schön schon wie es irgendwie total heiße gerade bin ich ja wirklich jetzt geht's wieder weil das so schreit wo ist das Oranium da hinten bei der Lava da ja super hast du schon wieder einen in die Luft gejagt ey das geht ja gar nicht schrecklich mit dir ja Lava macht nicht ab jetzt gut schon noch das Oranium hier so jetzt komme ich noch zu dir wenn ich wüsste wo du wärst denn dann musst du wieder hochkommen dann da ist noch mehr Gold egal das mache ich nächste Folge dann war's das von dieser Folge jetzt haben wir ein bisschen was mehr geschafft als letzter wir gehen jetzt erstmal eine Viertelstunde lang Datei abspeichern sei leise jetzt einfach ja ok wir sehen uns dann demnächst wieder tschüss dann geht's dann geht's und wir hören uns dann jetzt dann geht's dann geht's dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020